Auf Omid Nouripour, 621 Stimmen, 38 Nein, 16 Enthaltungen. Ich frage dich, lieber Omid, falls du mich über den Applaus hörst, ob du diese Wahl annimmst. Liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Dank für dieses große Vertrauen, das natürlich verpflichtet. Ich gelobe, dass wir alles dafür tun werden, diese Partei noch größer zu machen. Aber das werden wir nicht als Parteivorstand machen, das können wir nur zusammen machen. Mit Annalena, mit Robeck, mit Britta, mit Katharina, mit der Fraktionsführung, mit all den Leuten, die da mitwirken, aber vor allem mit euch. Herzlichen Dank. Dann herzlichen Glückwunsch Omid.